Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Inzwischen wisst ihr, dass A euer Vater am Leben ist und dass ihr B noch einen Bruder habt. Ihr müsst Gewissheit haben, sonst werdet ihr nie zur Ruhe kommen. Wenn ihr euren Bruder finden wollt, erforscht die Vergangenheit eurer Mutter. Ich suche jemanden, der diese Frau gekannt hat. Wir Studenten sind gegen die nationalistische Partei, die die Flüchtlinge über die Grenze abschieben will. Wenn du die Tochter von Nawal Marwan bist, bist du hier nicht willkommen. Was willst du jetzt machen? Ich will dem Feind das antun, was das Leben mir angetan hat. Das Foto ihrer Mutter stammt offenbar aus Kvaryat. Das ist ein bekanntes Gefängnis im Süden. Sie haben alles getan, um sie zu brechen. Wir suchen Nawals Kind, das im Gefängnis bekommen hat. Manchmal ist es besser, nicht die ganze Wahrheit zu kennen. Du suchst deinen Vater, aber weißt nicht, wer deine Mutter ist? Verschwinde! Der Tod ist nie das Ende der Geschichte. Das war es,'s. Untertitelung des ZDF, 2020